weiter ich weiß gar nicht wo ich zuletzt war nein ah nein oh Marcel ich würde dann einfach gerne montag bis freitag machen weil ich muss ja freitag nach der nacht stich und vier oder fünf waren wir dann schon los und ich will meine schlicht ja nicht abgeben weil ich brauche ja auch meine stunden sozusagen und ja nicht wegen feiertag das habe ich auch erst vorgestern gesehen dass der feiertag das habe ich ganz vergessen dass auch damit nichts zu tun nur es hat geben auch gut gepasst weil du hast am sonntag nach stich und freitag hast ja mittelschicht dann hast du samstag mit geschicht und dann hättest du eben samstag und sonntag dann nach schicht und deswegen das passt das ja eh ganz gut und deswegen also geht das klar dankeschön warum springt er da nicht weg spring doch und dann haben wir jetzt ruhig ja komm komm ja zurück Ja, hallo? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich glaube es nicht! Oh, mein Gott! Shoot! Mh mh Was ist das Liebling Neon? Ihr könnt doch nicht mithalten. Du Arschloch! Ach, Mann, Mann, nee, okay, wir lassen's, es macht keinen Sinn, es... Blödsinn. Wir haben Spiele im Kopf, haben Spiele im Kopf, haben Spiele im Kopf.